hallo und herzlich willkommen in diesem video präsentiere ich dir thrive apprentice und was soll ich sagen 3 apprentice ist wirklich eine super klasse idee und ein gutes tool um eine eigene online kurse plattform aufzubauen ich bin tatsächlich echt begeistert davon und deswegen möchte ich dir auch zeigen also was habe ich vorbereitet ich habe hier so sieht mein aktueller plattform bereich aus mit derzeit fünf kursen ich zeige dir aber mal eben bei mir gucken wir bei den herstellern also thrive hat natürlich seine eigene medizin genommen und baut damit auch selber kurse und du siehst hier ist schon eine echt große menge an kursen dabei und was ich sehr schön finde ist diese darstellungs art also du kriegst einfach die kurse hier alle nebeneinander angeboten blättert durch und das hat sowas von von shopping von von durchblättern von angucken also das sind schon vier seiten an online kursen hier bei thrive und vielleicht siehst du auch die verschiedenen arten also sie haben hier premium kurse drin die musst du kaufen sie haben auch kurse da musst du einfach nur irgendwo mitglied sein und sie haben kostenlose kurse die für jeden zugänglich sind und das ist auch eine fiffige strategie du bietest kurse an einmal kostenlos du bietest kurse an für listen aufbau jemand trägt sich bei dir ein und natürlich möchtest du auch geld verdienen bis unternehmer und bietet kurse für gutes geld an und diese kombination aus allen dreien finde ich eine wirklich kluge idee von von thrive das heißt du kannst reichweite du kannst listen aufbau und du kannst geld verdienen sehr gute kombination damit das auch nicht so unübersichtlich wird kannst du eben hier auch anbieten aber filter zu setzen und danach kriegst du dann entsprechend gefiltert deine kurse so genau bei mir sieht es noch ein bisschen übersichtlicher aus aber das wird noch ich bin ja da sehr begeistert dabei kurse auch zu übertragen von meiner alten plattform so jetzt lass uns mal kurz in thrive apprentice in das back end hinein gehen ein zurück hier also wie sie wie öffnet sich thrive apprentice wenn du startest du kommst einfach erbietet hier alle deine kurse an die du derzeit hast und ich habe mal hier für uns für dieses video extra eine demo kurs angelegt in dem können uns gleich mal ein bisschen rumtummeln du siehst du kannst hier verschiedene farben anlegen je nach thema so lassen wir in den demo bereich reingehen drive apprentice bietet drei verschachtelung tiefen an ganz oben drüber als erstes ist es das modul ich habe hier mal ein modul angelegt du kannst hier angeben welches zu welcher kategorie die themen kannst wir auch verfügen kannst du ändern zu welcher kategorie soll dieser kurs gehören und sagen wir mal das ist ein kurs aus dem bereich online business ein schwierigkeitsgrad kannst du vergeben genau der der kurs fängt einfach komplett blank an hier steht da nichts aber ich habe jetzt einfach schon mal ein modul hinzugefügt ein kapitel und eine lektion das sind die drei ebenen die du in thrive apprentice verwalten kannst also modul kapitel lektion und das reicht ja für sogar für große online kurse auch aus in diesen drei kategorien zu denken du musst aber nicht alle drei nutzen du kannst doch einfach sagen mein kurs soll einfach aus 12 lektionen bestehen dann lässt du kapitel und module weg das geht wunderbar so das ist also jetzt über oberfläche wenn du dann neue kurse anlegen willst neue lektionen zum beispiel klickst wie auf kursteil hinzufügen und lektion zwei du kannst beschreiben was in dieser lektion teil wird dann hatten wir in der übersicht auch angezeigt du kannst für jeden für die lektion eigene bilder angeben und ob du den teilnehmern erlauben möchtest hier zu kommentieren ich lasse das jetzt für die demo einfach alles weg jetzt hast du hier sehen wir lektion 1 und lektion 2 und was auch schön ist die lektion sind alle noch nicht veröffentlicht du siehst das hier an dem roten zeichen das heißt du kannst im hintergrund deine kurse auch immer wieder noch aufbauen ich bin ja ein fan so vom agilen prinzip das heißt du fängst mit einer kleinen minimalen basis an und erweitert es später und das kannst du hier genauso machen also du kannst jederzeit lektionen hinzufügen wegnehmen und im hintergrund auch eine lektion vorbereiten bis sie dann reif für die präsentation ist wenn dann also noch mal einfach mal rein hier kannst du diese zusammenfassung der lektion überarbeiten worum geht es hier was ist der inhalt der lektion jetzt ist es bei mir gerade eingefroren okay also genau hier hier geht es um punkt punkt genau sollen sie kommentieren soll es ein bild werden das speichern wir mal genau dann gibt es noch die möglichkeit die zeige ich gleich an einer stelle wo wir wo ich schon ein paar inhalte drin habe hier kannst du einfach draufklicken dann öffnet sich der drive architect editor dort kannst du dann deine seite entsprechend anpassen wenn du drive architect noch nicht kennst ich habe auch ein video zum drive architect aufgenommen da siehst du wie das wie man den gut benutzen kann ich zeigte gleich aber auch ein paar sachen und wenn du sagst diese lektion die ist insofern okay die kann raus dann kannst du einfach hier auf lektionen veröffentlichen klicken und dann ändert sich das ganze hier auf grün und lektion 1 ist freigeschaltet jetzt können wir mal in die kursvorschau gehen und uns angucken wie dieser demo kurs derzeit aussieht so also da wir hier kein bild eingefügt haben ist einfach nur der orangene hintergrund von der kurs art hinterlegt es ist ein modul drin ein kapitel eine lektion der schwierigkeit gratis einfach ich habe bei mir mich als referent eingetragen der taucht dann auch entsprechend bei dir dann immer auf sein referent und der kurs aufbau ist noch sehr einfach modul 1 kapitel 1 lektion 1 und hier siehst du worum selektions lektion 1 geht also sehr schön einfach zu bedienen dann zeige ich dir jetzt mal anhand eines anderen kurses noch wie das denn mit der mit dem bearbeiten der inhalte aussieht wir gehen mal zurück in die übersicht und ich gehe mal hier in meinem kurs drei verprennt ist mit digistore 24 verknüpfen hinein da habe ich einfach schon einiges an inhalten bereitgelegt genau hier habe ich also einfach drei kapitel erstellt und lass uns mal ins erste kapitel reingucken lektion 1 da gebe ich einen allgemeinen überblick und ich habe den glaube ich auch schon irgendwo geöffnet gehabt ja so das ist also die erste seite des kurses du siehst auch immer hier es gibt breadcrumbs also brotkrum die immer oben verfügbar sind von kurse wo befindest du dich gerade in diesem in diese lektion genau dann befindest du dich einfach im drive architect mit seinen elementen du kannst halt ihr die entsprechende elemente einfügen ich habe hier im textelement eingefügt und die bedienung ist wirklich sehr einfach wenn du den drive architect nicht kennst du kannst jedes dieser elemente anklicken und hier links sind dann unglaublich viele möglichkeiten wie du dieses objekt gestalt ist ich bleibe meistens beim standard der gefällt mir schon immer sehr gut hier rechts kannst du neue elemente aussuchen und hinzufügen noch das geht sehr einfach einfach auf das plus klicken dann öffnet sich die auswahl und du ziehst per drag and drop das rüber was du noch möchtest ich ziehe einfach mal hier noch eine textbox hinüber genau wo soll sie hin sagen wir hier über das video genau unter den text dann lässt es los und das neue objekt wird eingefügt und dann kannst du einfach neuen text eintragen und du hast hier ein neues element drin also es geht wirklich sehr sehr einfach hier mit dem drive architect diese sind zwei objekte und wenn du mit deiner seite fertig bist dann klickst du einfach auf speichern und beenden und dann ist die seite so fertig hier rechts siehst du auch immer so wieder sieht der kurs aus dort hast du dann die ganzen einzelnen lektionen auch in der übersicht und ich finde so ist drive apprentice wirklich eine sehr schöne möglichkeit um kurse zu erstellen und zwar wirklich schnell und einfach klar du brauchst dafür dass plug-in drive apprentice und ja du brauchst als grundlage dafür auch den drive architect aber das sind sowieso lohnende anschaffungen meiner meinung nach also wenn ich dir wenn es dir spaß gemacht hat wenn du ein bisschen angefixt bist von der bedienung dann kann ich dir nur empfehlen drive apprentice mal auszuprobieren es war bis mitte 2009 10 nur für drei member verfügbar aber jetzt ist es auch frei verfügbar ich packe den link zu 3 apprentice als affiliate link einfach hier unter das video kann ich nur empfehlen damit lassen sich wirklich gute schnelle online kurse erstellen und und du hast ja gesehen ich habe auch eine anleitung dazu wie du es dann mit digistore verknüpft es geht sehr einfach und auch sehr kostengünstig also damit du deine kurse auch wirklich an den mann oder an die frau bringt und du und dein business einfach weiter wachsen könnt alles klar viel spaß beim ausprobieren bis zum nächsten video dein david